Mein Name ist Sergio Perez. Ich bin Facharzt für Anästhesie und medizinische Leitung in einer Klinik. Dort behandeln wir Patienten mit psychedelischen Substanzen, wie unter anderem Ketamin. Hallo Sergio. Hallo. Andromeda Minava möchte wissen, wie kamst du dazu, speziell mit Ketamin zu arbeiten? Ketamin ist zurzeit das einzige zugelassene Psychedelikum in Deutschland. Wir kennen das aus der Anästhesie. Das ist ein sogenanntes dissoziatives Anästhetikum und in subanästhetischen Mengen kann es psychedelische Erfahrungen erzeugen. Das bedeutet, dass wir heute in Deutschland schon eine Substanz verfügbar haben, mit der wir psychedelische Erfahrungen und somit psychologische Therapie anbieten können. Die anderen Substanzen, wie NDMA, Psilocybin oder LSD, werden zurzeit geforscht. Unter anderem ist MDMA schon in der Phase 3, kurz vor der Zulassung im USA. Klautz möchte wissen, ist diese Therapieform erlaubt? Alles, was wir in der Ovid-Klinik tun, ist legal. In Deutschland ist es als dissoziatives Anästhetikum zugelassen und als Facharzt mit der richtigen Abwägung der Nützen und Risiken, kann man das auch außerhalb dieser Anwendungsgebiete mit sogenannten Off-Label-Use verabreichen, was in Europa aber jedes einzelne Land anders reguliert. Ketamin hat auch eine Zulassung für depressive Erkrankungen, aber nicht als dieses racemische Gemisch, sondern als S-Ketamin. Eine Art nasale Applikation, das basiert aber nur auf die pharmakologische Wirkung dieser Substanz. Was wir machen, ist ein bisschen anders. Wir verwenden Ketamin als Katalysator von Erfahrungen, von psychedelischen Erfahrungen. Rote Ampel hat sich gefragt, bist du studierter Therapeut oder ein Heilpraktiker? Weder noch. Ich bin Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallversorgung und in der Ausbildung zum Psychotherapeuten. Wie jeder Psychiater durch eine Ausbildung der Psychotherapie gehen muss, darf man nach dem Facharzt auch so eine Ausbildung auch starten. Dementsprechend bin ich gerade mittlerweile schon im dritten Jahr dieser Ausbildung und mache diese Ausbildung in verhaltenstherapeutische Psychotherapie. Aquaman fragt, wie genau sieht eine Therapiesitzung aus? Bei uns geht es erstmal wie bei jeder Praxis durch eine Erstuntersuchung dem Psychiater, dann durch die Erstuntersuchung der Organmediziner. Dann gibt es ein paar Sitzungen, Kennenlernsitzungen mit dem Psychotherapeuten und erst dann geht es zu den Substanzsitzungen. Sogar bevor die Substanzsitzung stattfindet, gibt es eine Art nicht-pharmakologische Form der Induktion veränderte Bewusstseinszustände, denn es ist nicht nur durch Substanzen möglich, psychedelische Erfahrungen hervorzurufen. Wieso machen wir das? Weil es sehr wichtig ist, dass eine therapeutische Beziehung entsteht, bevor man überhaupt in diesen sehr sensiblen Zuständen dann kommt. Wenn es dann soweit ist, dann kommen die Patienten in den Raum, legen sich hin und es ist immer ein Psychotherapeut dabei und wir messen auch EKG und Pulsoxymetrie, das heißt Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blut, um, naja, die Sicherheitsstandards dann zu halten. Wir haben Augenbinde, wir haben Kopfhörer, weil die Reisen nach innen geht und wir wollen versuchen dann durch die Musik eine Evolution von Emotionen provozieren, damit diese Auseinandersetzung mit dem Selbst dann stattfinden kann. Während der gesamten Sitzung, während wir die Substanz verabreichen, ist immer jemand dabei, der Unterstützung anbietet. Und nach der Sitzung kommt man in den sogenannten Integrationsraum. Das ist ein sehr schöner, warmer Raum, in dem wir die Patienten dann bitten für den nächsten Prozess der Integration. Integration ist zumindest genauso wichtig wie die Substanzerfahrung an sich, da ist, wo alles dann zusammenkommt und daraus Sinn gemacht wird. Manchmal sind die Patienten noch nicht in der Lage, so wirklich die Erfahrungen in Wörter zu fassen. Dementsprechend haben wir da auch verschiedene Buntstifte und Malinstrumente und so weiter, damit sie sich auch außerhalb dieser kognitive Ebene ausdrücken können. Manchmal entstehen da wunderschöne Darstellungen von deren Erfahrungen, die auch durchaus die Patienten bis zum Ende der Therapie und darüber hinaus dann mit sich tragen. Noctional Morning Records möchte wissen, hast du mit Ketamin auch schon Selbsterfahrungen gemacht? Ja, wir denken, dass es sehr wichtig ist für Ärzte und Therapeuten, die mit Ketamin in diese Art psychedelisch erzeugende Weise arbeiten, dann Selbsterfahrungen zu sammeln. Im Rahmen der verhaltenstherapeutischen Ausbildung gibt es besondere Blöcke, wo man gemeinsam mit der Gruppe für ein verlängertes Wochenende zu einem Ausbildungsinstitut fährt, wo man mit einem Dozent oder Dozentin dann begleitet wird. Man wechselt den Stuhl von Therapeuten. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht tatsächlich um das Erleben. In diesen Selbsterfahrungswochenenden kam es schon dazu, dass ich auf Sachen zurückgeblickt habe, die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Emotionen sind wieder hochgekommen. Biografische Ereignisse, die ich vielleicht mal so ein bisschen zur Seite gelegt hatte, nicht hingucken wollte. Ich habe dadurch dann wieder ein bisschen mehr Kontakt zu mir selbst gefunden. Das hat mir auch wieder gezeigt, wieso ich das tue, was ich tue. Ich habe mich sogar neulich gefragt, wie es wäre, wenn Hausärzte und Psychiater eine Selbsterfahrung mit klassischen Antidepressiva machen würden. Ob sie dann die so häufig verschreiben würden? Versteht mich nicht falsch, Antidepressiva wirken. Es ist nur so, dass sie nicht immer wirken und die Nebenwirkungen sind auch nicht unbedeutsam. Kater Sessels hat sich gefragt. Welche Nebenwirkungen sind bei der Therapie möglich? Ketamin sorgt dafür, dass während der Applikation der Puls und der Blutdruck ein bisschen in die Höhe gehen. Ist sehr relevant für PatientInnen, die bereits Herzprobleme haben oder einen erhöhten Blutdruck, der nicht kontrolliert ist. Außerdem dadurch, dass Ketamin so eine Trennung zwischen Körper und Geist hervorruft, dieses dissoziative Effekt. Beim Zurückkommen ist es manchmal schwierig, dann wieder geradeaus zu laufen, geradeaus zu gucken. Manche Patienten erleben dadurch auch ein bisschen Übelkeit. Andere, sehr wenige Patienten übergeben sich. Aber das ist schon einmal passiert bei uns. Ketamin ist ein Anästhetikum, der im Unterschied zu anderen keine Atemdepression und die Schutzreflexe behält. Das heißt, man braucht keinen Anästhesist, der dabei ist bzw. eine Intubation, wenn man Schmerzen oder Anästhesie machen möchte. Franziska Richter hat sich gefragt, darf jeder Patient so eine Therapie antreten? Nun ja, das ist so, dass diese Therapie keine Leitlinientherapie ist, sondern das ist eine Alternativtherapie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die meisten Patienten, die bei uns ankommen, schon sämtliche Therapieversuchen gemacht haben, bevor sie überhaupt auf uns zustoßen. Manche Patienten, die noch keine Therapie bei uns gehabt haben, werden dann durch zwei Fachärzte dann erstmal untersucht, um die Indikation zu stellen. Patienten, die noch nie eine Psychotherapie oder Psychopharmaka zu sich genommen haben, würden wir erstmal oder in den meisten Fällen empfehlen, eine Regeltherapie zu machen, bevor sie sich dann in den Alternativtherapien begeben. Heller Popp hat sich gefragt, für welche psychischen Erkrankungen kann die psychedelische Therapie angewendet werden? Zurzeit haben wir gute Studien zu der Behandlung von Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Ängste, Zwänge und es kommt immer mehr und mehr dazu. Es ist nicht unbedingt zentriert auf Ketamin, weil wir, wie gesagt, wir behandeln mit psychedelischer Erfahrung letztendlich. Das ist nicht die Substanz, die dafür verantwortlich ist, eine Verbesserung herbeizuführen, sondern die Auseinandersetzung mit das, was in dieser Erfahrung passiert. Psychedelisch, es kommt aus dem Griechischen, das ist Psyche und Delos. Psyche, der Geist und Delos, Offenbarung oder sich offenbaren und das ist, was diese Substanzen machen. Ketamin, Psilocybin, LSD. Max Supertramp fragt, hatte ein Patient schon mal einen Bedtrip? Zuerst würde ich vorschlagen, dass wir an der Terminologie ein bisschen merken. Und zwar, wir nennen solchen Erfahrungen anspruchsvolle Erfahrungen. Wir reden hier nicht über Trippen oder Acid oder Schrooms, sondern das ist eine psychedelische Therapie, psychologisch augmentierte Therapie. Es ist eine Erfahrung, es kann auch anspruchsvoll sein. Das ist auch manchmal so, dass diese anspruchsvolle Erfahrungen die wertvollsten sind von allen. Patienten kommen nach sechs Monaten und sagen, wow, aber diese Erfahrung, die hat mir so viel gezeigt, so viel gebracht. Wichtig ist zu wissen, wie man mit diesen Zuständen umgeht. Deswegen trainieren wir unseren Psychotherapeuten, dass sie wissen, was zu tun ist und wie sie diesen Erfahrungen Raum schenken können, damit die Patienten dann dadurch können. Anspruchsvolle Erfahrungen, die außerhalb von Therapie stattfinden, sind dementsprechend auch so schwierig zu verarbeiten, weil das ist meistens nicht der richtige Umfeld, um ein schwieriges Thema dann wieder zu erleben oder Erinnerungen, die hochkommen. Dementsprechend gibt es auch integrationsfokussierte Psychotherapie für Menschen, die außerhalb von der Therapie diese Erfahrungen gemacht haben und ohne, dass sie damit gerechnet haben, in solchen schwierigen Zuständen geraten sind, nicht gut geführt sind und dann, selbst wenn die Erfahrung zu Ende ist, sie immer noch nach Klärung suchen, nach dem Zusammenhang, was ist passiert, wieso und ja genau, auch da können wir unterstützen. Anonymes Einhorn hat sich gefragt, wie sah dein bisher größter Therapieerfolg aus? Ja, der größte Therapieerfolg, den wir bisher oder meiner Meinung nach in der Praxis hatten, war eine 80-jährige Patientin, Selbstärztin, die seit ihrer Jugend unter Depressionen gelitten hat und nichts hat geholfen, sie zu sehen, wie sie nach einer Sitzung aufwacht und uns mitteilt, dass sie seit 60 Jahren noch nie so sicher geliebt und geborgen gefühlt hat, war schon sehr, sehr stark. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Island of Summer Love interessiert. Wer übernimmt die Kosten für diese Therapieform? Ketamin-augmentierte Psychotherapie ist eine innovative Therapie. Es ist eine Alternativtherapie. Wir sind nicht in den Leitlinien und innovativ zu sein, heißt auf der einen Seite natürlich Hoffnung zu den Schenken, die sämtliche Antidepressiva ausprobiert haben und auf der anderen Seite ist innovativ nicht unbedingt das, was die gesetzlichen Kassen sofort bezahlen. Eine Alternativtherapie muss sehr gut begründet sein, damit die gesetzliche Krankenkassen das übernehmen. Zurzeit sehen wir, dass die private Kassen dann offener dafür sind, Teile oder sogar die ganze Therapie zu übernehmen. Und ansonsten haben wir Selbstzahler als Patienten. Silver Soul interessiert. Wie schätzt du die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Art der Therapie ein? In den letzten fünf Jahren, glaube ich, hat sich sehr viel im Positiven verändert gegenüber dieser Art der Therapie. Am Anfang ist man natürlich kritisch und vielleicht ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, ja, das sind doch Psychedelika. In der Schweiz haben wir einen besonderen Zustand, wo diese Art der Therapie schon zugelassen ist. In besonderen Fällen dürfen Psychiater dann einen Antrag stellen und mit Psilocybin oder LSD arbeiten. Und weltweit kann man auch einen Wandel dieses Denkens sehen. Auf der anderen Seite diese Öffnung der Gesellschaft gegenüber dieser psychologischen Erfahrungen führt auch dazu bei, dass der rekreative Gebrauch, die Retreats, die angeboten werden, ein bisschen steigt. Und ich würde da sehr vorsichtig sein. Diese Retreats sind nicht immer medizinisch begleitet oder haben die Kompetenzen, die man braucht, um psychedelische Erfahrungen, schwierige psychedelische Erfahrungen dann zu begleiten. Wichtig ist zu sagen, dass wir einen differenzierten Diskurs brauchen. Diese Substanzen sollen weder glorifiziert noch stigmatisiert werden. Es soll einen Balance gefunden werden. Letztendlich ist psychedelische Therapie immer noch Psychotherapie. Es ist nicht wie manche Schlagzeilen dann suggestieren, dass man nur einmal Pilze nehmen muss und dann ist man geheilt. So ist es leider nicht. Ein konkretes Beispiel dafür, wie in Deutschland die Akzeptanz für diese Art der Therapie und Behandlung wächst, ist, dass die Studie, in der Professor Gerd Gründer und Andrea Junggabele beteiligt sind, die Episode-Studie auch komplett vom Bund finanziert ist. Das haben wir in sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr gesehen. Das ist eine sehr große Studie, die vielversprechende Ergebnisse zeigt und das ist schon sehr groß. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal hier und wenn euch interessiert, was Munir ein Leben lang mit Depressionen zu erzählen hat, dann klickt hier. Musik 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 Musik